Der Spurhalteassistent erfasst Fahrbahnmarkierungen mittels einer Kamera und kann diese mit der Position des Fahrzeugs in der Spur vergleichen. Droht das Fahrzeug diese Spur unbeabsichtigt zu verlassen, ertönt ein Warnsignal und der Fahrer wird mit einer roten Fahrspur-Verlassen-Warnung in der Instrumententafel gewarnt. Das System ist aktiv ab 70 km pro Stunde und erkannten Fahrbahnmarkierungen. Der Spurhalteassistent wird über das Multifunktionsdisplay aktiviert.